Wir sind die Tiger auf der Launau ab 1. Wir haben die besten Fläste der ganzen Schweiz. Wir sind fröhlich im Bus, alle sind fröhlich. Und sogar ein neuer Langnohr-Fan-Heimer, Bodyschlaf, ja, ist fröhlich. Der Meister sagt zwar, nein, vergiss es, es geht aufs Fach ab. Bodyschlaf. Ah, ja, warte. Ich weiß nicht, ob ich etwas gesehen habe. Gut, er hat bei dem Baschi ein bisschen getrunken im Bistro. Ja, und wir haben. Vierter Fahrt. 17 in zwei gibt es, normal ist es beim Heifahren so, Badi. Aber heute? Heute haben wir es schon früh so. Das kommt davon, wenn man ins Bistro geht und zwei grosse trinkt. Ja, aber wir waren auch im Bistro und wir sind auch ein gutes Werk und so. Du hast ja noch gewartet heute auf Langnohr, habe ich gehört. Also wenn er Langnohr gewinnt gegen Lugano, dann komme ich eine Stange rüber und der Meister. Nein, ich bekomme, wenn er Langnohr gewinnt. Ah ja, genau, genau. Er hat, ja eben, der richtige Langnohr-Fan. Ja, ja, ja. Ja, ja, das alles. Kärl! Kärl! Hallo, Kari! Kärl! Kärl! Schlaft er? Kärl, schlaft nicht! Das ist der Tag noch ein Schnee. Er schläft. Das ist ein Molchig-Zweig. Gut, also. Das steht ja noch, gelb-rot. Ja. Sieht besser aus an den blau-gelb. Wir sehen den anderen Brot. Meister, grosse Sprüche. Also. Wir sagen... Tschaui! Das ist ja auch Tschaui! Wir haben die Tiger, wir sind gerne. Wir haben die Tiger, wir sind gerne. Ou-oh-oh-oh-oh-oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017